Hallo meine lieben Freunde, ich befinde mich hier auf dem Platz, diesem kleinen Park hinter der Altstädter Nikolaikirche und hier ist das Leineweber Denkmal, aber momentan ist es verhüllt. Das ist so eine Art Kunstaktion hier in Bielefeld in diesen Tagen, dass dieses Denkmal und auch noch einige andere so eingepackt sind. Ja, das wollte ich euch zeigen. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.